So, heute stellen wir das Boot von meiner Tochter vor. Ich hatte so einen Rumpf gehabt. Das war eine Commodore-Rumpf und jetzt habe ich daraus eine Nautik gebaut und wir werden das heute mal Probe fahren. Hier ist sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ein bisschen langsamer hierher, dass man das auch mal sieht hier und nicht so wie so ein Heizer hier. Oh, ein bisschen langsamer hierher. Das war doch mal richtig so von hier nach da so rum. Nicht solche engen Kurven fahren. So, dann fährst du jetzt mal hier vorne vorher, ein bisschen langsamer dann. Jetzt hier vorne vorher mal ein bisschen weniger Gas. Hier näher. Da, da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020